Landwirt.com Produktvorstellung, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Wir stehen beim neuen Steyr Absolut CVT 680. Der hat auf der Agraria 2022 seine Premiere gefeiert und der Traktor ist eine richtige Profimaschine für den Lohnunternehmerbereich und für professionelle Betriebe. Wir haben gegenüber dem jetzigen Absolut CVT die Motorleistung verstärkt. Es ist ein neuer Turbolader draufgekommen mit variabler Geometrie. Das führt zu einem extrem breiten Drehmomentplateau, also das ist wirklich unvergleichlich besetzt und die maximale Leistung eben 280 PS und mit Boost für Transportanwendungen im Zopfernbetrieb geht der Neuche absolut bis 302 PS maximal. Die Kraft an sich ist aber nicht das, was die Maschine alleine auszeichnet. Das ist das kompakte Format, also wir bleiben mit dem Gewicht zwischen 9 und 10 Tonnen Eigengewicht und das kombiniert mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von 15 Tonnen. Das ist natürlich ideal, weil da haben entsprechende Reserven bei der Nutzlast. Ein weiteres Highlight von dem neuen Absolut ist natürlich die Kabine. Da fängt es schon einmal an beim Geräuschniveau 66 Dezibel. Das ist wirklich eine der leisesten, wenn nicht die leiseste Kabine am Markt und die ganze Verarbeitung. Also das fängt an beim schlüssellosen Zugangssystem bis hin zum Soundsystem. Also da spürt man einfach Qualität und einen spitzen Komfort. Die Federungssysteme, Vorderachse, Kabine, Schwingungsdämpfung vom Hubwerk sind untereinander abgestimmt, werden zentral von einer Recheneinheit koordiniert und sorgen im Zusammenspiel für ein einzigartiges, komfortables Vorverhalten. Wir haben im Heck Steuergeräte neu angeordnet mit Entlastungshebeln zum Kuppeln für einen einfachen Gerätewechsel, Hubwerk mit hydraulischen Seitenstreben. Im Summe kann man nicht sagen, der neue Absolut CVT ist wirklich wieder einmal eine Top-Innovation von Steuer und extrem viel Leistung und Komfort in einem super leichten und kompakten Format.